ja 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 ich bin wieder Ende von Platin Gamers und heute weil es viele zahlreiche Abonnenten dazu bekommen wollte ich euch eine Frage stellen also eigentlich keine Frage sondern ich lasse sich eine Entscheidung um was heute lieber sehen Black Ops 2 Modern Warfare 3 also ich werde Live Kommentars bringen bei bei Cod was ihr euch wünscht schreibt einfach in die Kommentare oder wenn ihr keins von beiden wollt und generell etwas ganz anderes schreibt Vorschläge in die Kommentare oder schreibt nix von beiden in die Kommentare so das war es auch mit dem Infovideo wir sehen uns demnächst